........ Ja Freunde, wie gesagt auch nochmal auf das Thema zu kommen, es gibt einen Uncut-Pitch zu dem Spiel. war auch das Blut sieht und schreie hört, wenn die Männchen überfahren werden. Äh, werde ich mir definitiv anschauen. Also... werde ich mir definitiv anschauen. Aber halt erst nach der Atta-Rigides-Kampagne. Damit ich nicht meine Spielstände hier verliere, weil das wäre scheiße Freunde. Alles nochmal von vorne, das wäre blöd. So, dann Raketenpanzer. So, hier, ja, hier werden wir unser Geld los, auf jeden Fall. Puh, am besten noch ein Shrike. Ja. Alles klar. Acht Schallpanzer, die mache ich mal als Team 2. Das wird so meine Nachhut werden. Weil ich muss bei denen echt aufpassen, ne? Wenn ich die gemischt mit denen mache, dann killen die die eigenen Einheiten. Das wäre scheiße. Ich hatte hier sogar noch einen frei. Naja, gut. So, Sammlerflugzeug. Ja, sehr schön. Alles klar. Einmal draufschießen, nee, danke. Lass das mal. Ja, hier ist ein Flugzeug im Wrack. Ja, Sir. Schade, dass es mit dem Luftangriff nicht geklappt hat, gerade. So. Wieso steht die eigentlich so komisch getrennt da? Das war doch bestimmt als Ziel für den Luftangriff gedacht, oder? Ist sowieso eine kleine Basis, ne? Irgendwie getrennt. Ja, irgendwie schon. So. Na gut. Dann hauen wir wieder ab. Kein Bock auf eine Konfrontation hier. So, dann. Einfach mal ein bisschen Geld sparen. Nein. Bleib doch hier. Bestätigten Ende. So. Dann. Die letzten Flecken hier noch erkunden. Bisschen Kohle noch sparen. Für die nächste Einheitenbestellung. Bestätigten Ende. Und danach würde ich sagen... ...werde ich schon mal das erstmal angreifen, ja. 846. Das ist nicht relativ... ...nicht gerade billig hier. Ich bin enttäuscht von euch. Unser Stützpunkt wird angegeben. Zu wenig Geld. Na, komm. Was denn jetzt? Ah, okay. Das war's. Weg damit. So. Und. Ja. Kommt wieder irgendwas. Hier oben, ja. Super. Weg damit. Ho. So viele Einheiten. Zack. Okay. Sehr gut. Und. Zack. Dann Kampfpanzer. Für den Herzen. Weil hier werde ich, glaube ich, auch einige Einheiten wieder brauchen. Ja, schade, dass man hier nichts sieht. Das ist blöd. Da kommt man aber auch nicht rein, ne. Das ist alles abgeriegelt. So. Okay. Ich glaube, dann haben wir alles, ja. Noch kurz die restliche Karte erkunden. Oh, schon wieder mein Sammler. Dammt nochmal. Dammt nochmal. Ja, komm. Uff. Okay, schneller. Schaut mal hier. Hier habe ich, das habe ich schon mal gesehen. Hier. Das ist eine, äh, im Sand verschüttete, zerstörte Basis. Das finde ich sehr interessant. Schaut euch das mal an. Hier. Mit Raketentürmen. Energie. Außenposten. Aber erstmal hier. So. Der hat keine Chance. Weg damit. Sehr gut. Dann gucken wir, ob du hier reinkommst. So, da kommen meine Einheiten. Äh, Raketenpanzer. Gucken wir, ob du da reinkommst. Vielleicht. Vielleicht kommst du ja rein. Ah, Moment. Nein, 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 nein. Fahr mal wieder weg. Boah, fliegen die weit. Scheiße. Für den Herzog. Für den Herzog. So. Ja, okay, das war's. Okay. Einheit verloren. Alles klar. Dann kann ich den noch auf eine Selbstmordmission schicken. Alles klar. Einheit bereit. Gut. Dann haben wir hier noch eine Belagerungswürfe. Ihre Befehle, Sir. Bestätig. Aber so viel hat er nicht. Der hat halt diese heftigen Panzer. Die können sich im Übrigen auch selber zerstören. Selbst zerstören. Das heißt, wenn... Moment. Ah, okay. Das war dumm. Egal. Das heißt, wenn der an Gebäuden dran steht, kann der einfach sich selbst zerstören und alle Gebäude in der Nähe mitreißen. Das ist heftig. Das finde ich ganz schön krass. So. Nächste Ladung. Hier wird man sein Geld wirklich los. In dieser Mission. So, dann schießt du mal wieder da drauf, damit die hier in der Nähe sammeln. Und Wurm. Genau das. Und, äh... Ja, zu den Würmern gibt's noch zu sagen. Die fressen Einheiten nur, wenn sie sich bewegen. Ach, wenn sie sich nicht bewegen. So rum. Weil wenn die stillstehen, dann fressen sie die. Wenn sie sich bewegen, dann halt nicht. So. Dann stelle ich mal da hin. Alles klar. Gut. Ja, Kombination aus Schallpanzer und Raketentürme ist einfach... Beste, finde ich. Schaut euch das an, wie schnell die kaputt gehen. So. Und weg. Hörst du auf? Hörst du auf? Ach, wieder diese scheiß Wüsten-Truppen. Ach, verdammt. Schafft ihr das? Schafft er das? Oh, ja. Sehr schön. Okay, dann reparier den mal bitte. Boah, krass. Kommen wieder die nächsten Panzer. Eine Ladung kann ich noch? Ja. Sehr schön. Natürlich genau eine, ja. Dann werde ich auch gleich mal angreifen gehen. So. Wenn die kommen, dann ist es soweit. Wie soll es hier hin? Alles klar. Geile Mucke. So. Das reicht. Okay. Cool. Alles klar. Ruhe vor dem Sturm hier. Das werde ich auch noch mal speichern vorhin, ne? Spiel gespeichert. Kein Stau. Bereit, Commander? So. Ihr seid immer noch nicht in Köln. So. Noch zwei Minuten. Da bewegt sich wieder was. Noch eins. Noch eins. Noch eins. Ich glaube, ich mache erst mal die Sammler platt. Aber wie gesagt, ich werde die Schallpanzer aber schon mal da vorne sammeln. Ah, Moment. Moment. Nein, 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 nein. Damit ich keine Probleme beim Gruppieren gleich kriege. So. Geil. Alles klar, da haben wir schon mal eine kleine Armee zusammen hier. Wie fahrt ihr mal da hin? Die Schallpanzer hier. So. Los geht's, Freunde. Das ist so meine... Meine... Trumpfkarte. So. Die Schallpanzer. So. Ist klar. Ich würde sagen, greife ich gleich mal den Sammler an und mache erst mal die ganzen Panzer platt. So. Dann greife ich den mal an und lass den mal kommen. Welcher war das jetzt? Äh, bewege sich nicht viel? Nö, bewege sich eigentlich nicht viel. Ja, dann greife mal an da. So. Aber bleib denn deine Einheiten? Ich darf dir einfach einen Sammler platt machen, ohne dass du dich wärst? Was soll das denn? Das kenne ich aber anders. Ah, da habt ihr mal gesehen. Zack. Flugzeug abgeschossen. So, komm nochmal. Und. Und. Ah, schade. Ja gut, dann stirbt der halt direkt. So, zack. Alles klar. Cool. Danke. So. Da kommt er jetzt. Da kommt er jetzt, alles klar. Dann lass den mal kommen. So, weg damit. Putz. Und putz. Ja, sehr schön. Er hat hier nur Mini-Panzer. Bestätigte Mände. Oh. Ja, Raketenpanzer. Für den Herzog. Weg damit. So. Ihr seid meine Hinterhalt. Hinterhand. Jetzt kommt da ein Wurm, okay. Das heißt, wir müssen den Kampf schnell beenden. So, dann. Schaltpanzer fahrt ihr mal bitte da oben. Alles klar. Mach schneller, weil da kommt ein Wurm. Dann macht... Bevor der sich selbst zerstört. Ach so. Alles klar. Oh, der Wurm ist gleich da. Oh, oh. Okay, okay. Ah, fuck. Dass der Wurm jetzt genau uns hier... ...dazwischen funkt. Das ist jetzt blöd. Ach, Mensch. Dann muss ich mich ein bisschen zurückziehen wegen dem Kackwurm. Keine Ahnung. So. Ah, der ist weg. Sehr schön. Er ist weg. So, dann. Oh, da seht ihr das mal, ja. Wenn die schießen... ...wie desaströs das enden kann. So, dann. Macht die weg. Verdammt nochmal. Blöde Manneken hier. Ja, dann. Keine Ahnung. So. Na, das ist halt das Blöde. So, egal. Dann. Wärt ihr mal alles ab, was da kommt. So. Alles klar. Gut. Dann wärt ihr mal das mal ab. Putz. So, sehr schön. Alles klar. Na, ein Schallpanzer ist soeben... ...durch Friendly Fire quasi... ...draufgegangen. So, dann kommt... Och, du scheiße Manneken. Ja, dann mach die mal weg. Mach die mal alle instant weg. Mann, zack. So, hiervon habe ich jetzt die Verteidigung weg. Das heißt, ich kann hier jetzt mit den Schallpanzern. Hä? Er baut einen Turm. Okay. Ja gut, dann... Mach mal den Sammler im Arsch. Mach mal den Sammler im Arsch. So. Oh, nein. Diese Fuck-Manneken. Nein, was macht ihr? Ja, da muss man schon ein bisschen taktischer vorgehen. Raketenturm nachgebaut. Ernsthaft. So, ja, dann mach den weg. Ja, das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hab. Botz. Weg damit. Botz. Alter Schwede. Weil die sind extrem gut gegen Gebäude. Wie ihr seht. So. Sehr schön. Das klappt... Ey! Diese Türme. So, Botz. Weg damit. So, seht ihr das, wie viel Schaden die an Gebäuden machen? Das ist schon krass, ja. So, weg damit. So. Das nächste Gebäude weg. Aha, Sammler. Da ist ein Sammler, ja. Okay. Oh, das ist natürlich scheiße. Wenn die dann die ganzen Türme nachbauen jetzt. Ja, okay. Dann muss ich doch den Einser-Trupp hier nochmal hinschicken. Da ist der Wurm wieder. Ach, verdammt. Ja, okay. Ja, blöd. Schade. Na gut. Oh, sieh los. Gut. Und dran. Oh, diese scheiße Türme hier. Verdammt nochmal. Schallpanzer. Luftangriff. Kann mal hier drauf. Den hab ich gar nicht eingesetzt. So, jetzt. Der mit seinen Drecks-Türmen, ey. Wirklich. Verdammt nochmal. Mach die Scheiße weg. So. Ja, verdammt. Das reicht noch nicht mal für einen. Ah. Boof. Boof. Das ist weg. Schon mal sehr gut. Das ist, weil der hier die ganze Zeit die Kack-Türme wieder aufbaut. Verdammt nochmal. Boaz. Das schafft ihr. So. Batsch. Ja. Sehr geil. Mach die weg. Drecks-Manneken hier. Dach nochmal. Fahr da drüber, komm. So. Das nervt doch, ey. Die ganzen Manneken hier. So. Weitere Schallpanzer. Batsch. Der baut sich wieder auf. Das ist so krass. Weg damit. Brauchst du nicht. Alter. Alter. So. Ja, okay. Ja, danke. So. Boaz. Ey. Boaz. Sehr egal. Das habe ich noch mitgenommen. Sehr schön. So. Ja, gut. Das war... Das ist nicht gut gelaufen. Wird gebaut. Ja. Gut. Verstellung registriert. Lieferung in 5 Minuten. Pau. Gut. Nochmal neu. Ach, blöd. Schade. Schade, ja. Ich weiß aber immer noch nicht. Moment. Ne. Wird gebaut. Noch 4 Minuten. So. So, der Luftangriff. Der war erfolgreich. Oh. Aha. Was ist das denn? Der sammelt hier vor meiner Haustür. Und das ist mal dreist. Das nenne ich mal dreist. Ha. Flugzeug plattgeschossen. Ja, geil. So. Alter. Das ist dreist, was du machst, Junge. Das ist richtig dreist. So. Schallpanzer. Zeigt mal, was ihr könnt. So. Schallpanzer. Zwei Minuten. Ja, Sir. Ja, Sir. Wie gesagt, also die Schallpanzer sind echt richtig gut. Schaut mal, wie viel Schaden zwei Panzer gegen den Sammler machen, ja. Die dürfen sich halt nicht im Weg stehen. Das ist halt das, ne. Noch eine Minute. So, dann stellt ihr euch mal wieder da hin. Der Trike ist fertig. Sehr gut. Schauen wir mal, was der noch hat da. Alles klar. So. Sehr gut. Ah, das ist blöd. Das finde ich so schade, dass beim Raumhafen immer so eine limitierte Anzahl an Einheiten ist. Ach, der ist so blöd. Dann baue ich halt einen neuen. Verdammt. Ich muss echt zuerst auf den Bauhof gehen, weil die sich hier wieder aufbauen, so penetrant. Das ist ja so komisch hier. Okay. Gut. Dann hier einen. Ah, ja, komm. Davon kann ich jede Menge kaufen. Komisch, ja. Lieferung in fünf Minuten. Bereiten, Commander. Für den Herzog. Ja, Sir. Zwei, drei. Drei, drei. Okay, ja. Einheit bereit. Wird gebaut. Noch vier Minuten. Wo ist mein Track? Da ist mein Track. So, dann fährst du jetzt mal bitte intelligent, ja. Ja, das kann ich auch bestätigen, was der Nightworker gesagt hat mit der KI hier. Die ist echt, ja, sensationell, würde ich mal sagen. So. Gut. Eher unbeschreiblich. Alles klar. So, dann würde ich mal sagen, fahr mal rein und erkunden mal für mich, was es da noch gibt. Wahrscheinlich alles vollgebaut, ja. Oh. Wie. KI. KI, ey. Auf jeden Fall eine große Waffenfabrik, okay. Noch ein Track. Da fährt er... Noch eine Minute. Fährt er genau durch das Ding durch, ey. So, Raketenpanzer. Ihre Befehle, Sir? Jawohl, Sir. Ja. Okay, da kommen meine drei Kampfpanzer. Ihre Befehle, Sir? Mache ich jetzt eigentlich noch drei Raketenpanzer? Ja, zack, zack. Erstellung registriert. Und dann noch ein Kampfpanzer. Dann passt das. So, jetzt aber wirklich mal ohne irgendwelche blöden Moves von dir, ja. Ja, Sir. Jawohl, Sir. Alles klar. So. Nächste Raketenpanzer. Warum lasse ich die eigentlich alle da unten rauskommen? Ne, ist schon richtig, das ist näher dran. So. Okay. Aber wie gesagt, also mit den... Oh, diesen Raketenpanzer, ey. Ich könnte, ich könnte schreien. Jawohl, Sir. Ah, verdammt. Fahr einfach rein. Ich will wissen, was es hier noch gibt von dem. Jawohl, Sir. Ja, gut. Das ist doch schon mal wertvoll. Dass wir das jetzt hier sehen, Freunde. Da kann ich nämlich echt mega geilen Luftangriff reinhauen. Ja. So. Letzter Raketenpanzer. Dann noch ein Kampfpanzer. Dann werde ich mal wieder losgehen. Vier Schallpanzer, ja. Könnten auch mehr sein. Ganz ehrlich, aber... Ja. So. Kampfpanzer? Ne, habe ich nicht. Haben wir, haben sie nicht. Okay. Na gut. Dann. Schade, ja. Gut. Zack. Einheit bereit. Wird gebaut. So. Bereit, Commander. Bestätigt in der Hand. Dann würde ich sagen, speichere ich das erstmal und machen wir wieder die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Spielgespeichert. Spieleinstellung. So, zack. Das hat sich nicht geändert. Was soll das denn? So, jetzt. Ja. Brauche ich nämlich noch zwei, drei, vier Schallpanzer? Einheit bereit. Wird gebaut. Wenn das so schön schnell geht. Es sei denn, da oben bewegt sich was dann. Mache ich schnell wieder auf normales, klar, ne? Aber ja, die Missionen, die werden wieder länger. Ja, ja, verdammt lang jetzt schon. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Ja, sehe ich gerade nicht. Ah, hier, 8 Uhr. Das heißt, ich spiele schon eine Stunde jetzt wieder. So. Zack. Das ist nur ein Sammler, okay. Das ist kein Problem. So. Was zum... Ah, hier ist... Ah, okay. Alles klar. So. Gut. Da ist ein Manneken. Jetzt kommt er mit Manneken an. Ja, gut, aber... Ja, passt schon. Sehr schön. Ja, wenn es nur Manneken sind, mein Gott. Zack. Direkt weg. Alles klar. Ah, Moment. Um das Marschieren ein bisschen zu beschleunigen, lasse ich die Geschwindigkeit mal so... Ja, dann passt das doch. Ja, dann macht euch mal auf da. Alles klar. Damit das mal ein bisschen schneller geht. So. Ja, das interessiert mich jetzt relativ wenig, muss ich sogar sagen. Ah, da kommt ein Sammler. Sehr schön. Ja, dann machen wir wieder ein bisschen runter. Speichern. Bisschen sieben ist das schon. Ja, klasse. So. Dann schießt ihr mal da drauf. Die Schallpanzer können wir da hin. Und der ist dann auch direkt weg. Zack. Sehr schön. So. Dann marschiert ihr mal hier hin. Schallpanzer hier hin. So. Da fehlt einer. Ne, da ist er. Okay, alles klar. Cool. Ja, sehr schön. Hier ist dieser Fuck-Raketenturm, ey. Weißt du was? Ich schmeiß mal jetzt mal den Luftangriff da rein. Mal gucken, was das bringt. Also der Luftangriff hier ist effektiver als bei Commander Conker. So. Und zack, zack, zack. So, sehr schön. Macht das im Arsch, das Gebäude, ja? Zack, zack, zack. Ja! Vielleicht sogar zwei. Müssen wir mal gucken. Sehr gut. Ach, geil. Ein, eine Energie ist weg. Sehr gut. So, ihr stellt euch mal da oben hin und wärt mal alles ab, was da noch angeschiesen kommt im Hintergrund, ja? So. Dieser fucking Raketenturm da oben. So, macht den kaputt. Boah. Das ist so heftig, so. Na, egal dann. Das ist angekratzt. Ah, der hat keine Kohle mehr. Seht ihr, der hat kein Geld mehr. Ha, ha, ha. Sehr geil. Okay, Batsch. Ja, dann. Schallpanzer könnt ihr mal auf den Raketenturm bitte schießen, ja? So. Ja, dann schießen wir drauf hier. So, das. Und Schallpanzer. Komm schon. Jetzt schießt's doch da drauf. Warum wollen die nicht da drauf schießen? Ja, dann. Keine Ahnung. Macht die Energie platt. Was auch immer. So. Dann macht ihr mal bewachen, ja? Bereit, Kommander. Bereit, Kommander. Sehr gut. So. Alles klar. Perfekt. Ja, dann. Bestätigten Ende. Jawohl, Sir. Der frustriert immer noch, ey. Das gibt's ja wohl nicht. Die wollen uns verrecken, nicht von da unten da drauf schießen, ne? Bestätigten Ende. Batsch. Egal, dafür machen wir's halt so kaputt, ja? So. Dann meine lieben Schallpanzer. Alles klar. Fahr mal, fahr einfach drüber. Zack. So. Weg mit den scheiß Silos. Ich brauch Silos, ja. Das ist mir jetzt momentan relativ egal. Das war auf einmal geil. Ja, noch von dem Luftangriff. Das ist geil gewesen, ja. Batsch. Ja, Sir. So. Okay. Ja, das schafft ihr schon. Das ist gut. So, machen wir's an meinem Arsch. So. Ihr schafft das, ne? Ja. Batsch. Zack. Okay. Sehr schön. Dann. Nur noch den Bauhof gleich. Deswegen hat der noch funktioniert. Der hat hier noch sauviel Energie. So. Aber nicht mehr lange, Freunde. Nicht mehr lange. So. Die Schallpanzer hier machen einen guten Job. Ja. Die halten alles von mir fern. Sehr schön. Ja, die Bauhöfe hier, die halten extrem viel aus, finde ich. Also schaut euch mal, wie lange ich da drauf schießen muss, damit der endlich mal kaputt geht. Übelst krass. So. So. Energie noch. Ja, der hat extrem viel Energie gehabt. Deswegen haben die Türme auch noch funktioniert. So. Dann einfach drüber fahren da. Zack. Zack. Weg damit. Kack, Mäniken. So. Dann haben wir den einen hier schon mal platt gemacht. Das ist schon mal geil. So. Weißt du was? Dann brauchen wir schon mal Schallpanzer neue. So. Dann Schallpanzer. Ja, ist okay. Die können schon mal da drauf schießen. Schieß doch da drauf, Mann. Fahr doch nicht so nah da dran, Mensch. So. Da kann das Ding jetzt endlich mal weg. Alles klar. Cool. Mein Trupp ist auch da. Zack. Und. Wie gesagt, wenn die alle in einer Reihe stehen, dann ist das echt eine krasse Waffe. Ende. Ihre Befehle, Sir. Wie dann. So. Bereit, Commander. So. Nein, nicht so. Jawohl, Sir. Der Wurm geht nach oben, das ist schon mal gut. Bestätigt. Alles klar. Bestätigt. Ja, na dann. Bestätigt. Ende. Ihre Befehle, Sir. Jawohl. So. Schallpanzer. Ihre Befehle, Sir. Zack. So. Die machen richtig gute Arbeit. Schaut euch das an, wie schnell das Ding im Arsch geht. Fahr da drauf. Sehr schön. So. So. Perfekte Waffe auch gegen Manneken. So. Ach, du Kacke. Zack. Ihr könnt da oben hinfahren. Ohne dumm zu sein, bitte. Danke. So. Dann macht ihr mal bitte den Panzer da im Arsch. So. Ja, wenn der exakt vor einem steht, das ist jetzt scheiße. Aber das geht. Das geht. So. Ah, du fährst mal lieber... Ah, das war mir klar, dass der noch... Dass der da jetzt Stress macht. Dann macht er mit den Panzerplatten. Oh. Um Himmels Willen. So. Ja, es gibt definitiv stärkere Spezialpanzer. Aber die sind echt heftig. So. So. Da reichen noch drei Stück von. Schaut euch das an. Butsch. Das ist so geil. So. So. Dann. Schallpanzer. Ja, die werden wahrscheinlich nicht gegen die Türme überleben. Die haben halt extrem schwache Panzer rum. So. Oder? Doch, das reicht. Geil. Okay. Alles klar. Ich brauche Silos. Ja gut, dann order mal ein paar Panzer. So. So. Oh je. Reicht das? Ja, das reicht. Locker. Batsch. Fahr da mal drauf. Oh. Sehr schön. Und ihr schießt mal da drauf. Schallpanzer kommt mal hier unten hin. Mal gucken, ob was ihr da schießen könnt. Alles klar. Batsch. Sehr schön. Butz. Zwei Mauern weg. Ja, komm. Einheit verloren. Ich habe auch was, was über Mauern schießen kann. Hallo? Okay, das ist egal. So. Dann. Zack, zack. Weg damit. Mann, diese Manneken, ey. So. Die Energie kann ich mit den... Hä? Hä? Das ist noch nicht mal eine Basis hier. Wie geil. Das ist noch nicht mal eine Basis. Eigentlich ist hier nur Energie. Ja, die Schallpanzer sind extrem langsam. Alter. Da kommt der mit diesem Manneken immer an. Verdammte Kacke. War du mal da drauf, bitte. So. Weg da. Dann Schallpanzer hier drauf. Nee, nicht hintereinander. Nebeneinander. Ja, dann. Luftangriff. Sehr gut. Das ist jetzt perfektes Timing. Einheit verloren. Diese Drecksmanneken hier. So. Aber hey. Geil. Da brauche ich noch nicht mal einen neuen Angriff. So. Jetzt kommt der Luftangriff noch. Zack, 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 zack. Sehr geil. So. 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 Und zack. Sehr schön. Der Luftangriff ist echt mega, ey. Zack, 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 zack. So. Die Schallpanzer machen noch. Ah, ich habe nur noch Artillerie hier. Das ist gut. Weil mehr brauche ich auch nicht mehr. So. Butch. Oh. Zack. Das ist noch nicht mal eine richtige Basis. Dann haben wir die Mission gleich schon geschafft. Alles klar. Dann speichere ich das noch mal. Batsch. Die Sounds. Ja. Die hören sich so schmerzhaft an. So. Weg damit. Na und. Ja, jetzt. Jetzt habe ich halt die perfekten Einheiten gegen Infanterie. Oh. Ja, das ist. Das war. Nicht erwartet. Dass da jetzt noch ein Turm steht. Shit. Da auch. Ja, blöd. Ja, gut. Okay. Nö. Dann. Weißt du was? Bauquatz. Jede Menge Quatz. So. Wann wenn ich die Tür mal platt kriege, ja? In fünf Minuten. Ah, der ist sogar außerhalb der Range. Das ist schon mal gut. Ja, haben wir es geschafft. Zu Glück war das keine Basis mehr, sondern einfach nur ein Energiedepot. Hier oben war die Hauptbasis. Krass. Krass, ja. Heftig. Na gut. Was, was? Den? Stell dich mal hier hin. So. So. Ja, der hat repariert. Der hat noch Geld. Alles klar. Ja. Ja, ist egal. Weitere Quatz. Ja, so. Alles klar. So. Musst du mal sein Geld da noch verschwenden? Ein Quad noch. Noch eine Minute. So, da kommen jetzt meine Einheiten. Ja, das ist jetzt egal. Fahr mal dahin. Der macht hier nach wie vor den... Der lässt... Der gibt es nach wie vor sein Geld aus. Okay. Was? Wir schießen hier? Ach. Wurm. Okay. Alles klar, dann. Ich wollte schon sagen, waren das nicht fünf, die ich da bestellt habe? Der schießt da nach wie vor drauf, ne? Das ist... Krass, ja. So, dann. Drauf da. Dann nochmal. So, du auch. Nein. Fahrt doch nicht zurück. Ah, der hält nichts aus. Okay. Na gut, na dann. Quatsch. So. Guck mal. Und die Trikes. Trikes sag ich schon. Quats noch hierhin. Ah, cool. Alles klar, die können ja hier durch jetzt. Stimmt. Hab ich ganz vergessen. Sehr cool. Alles klar. Ne, ich brauch keine Silos mehr. Ich brauch... Spielgeschwindigkeit. Was machst du denn da? Machst du! Fahr doch da rein. Für den Herzog. Mensch, AKI. Ja. So. Drauf da einfach. Kein Bock jetzt mehr auf diese Einheiten zu warten. Einfach drauf jetzt. Jawohl, Sam. Wuff. Hat er mir noch einen weggenommen. Was? Noch einen weggenommen. Ja gut, da war dann... Ja. Somit war's das. Alles klar. Ich speichere das nochmal ab. Mission 7. Spiel gespeichert. Alles klar. Korrekt. Dann haben wir's. Oder? Yes. Sehr schön. Harkonnen ausgelöscht. Wunderbar, Freunde. Wunderbar. So. Einheitenpunkte, ja. Schon nicht schlecht, würde ich mal sagen. Geil. Und wir sind jetzt Basiskommandeur. Das liest sich doch schon viel besser als Geschwaderführer, Freunde. Die Harkonnen wurden weiter zurückgedrängt. So. Oh. Die nächste Mission ist Auslöschung der Ordos. Oha. Gut, Freunde. Das war wieder eine sehr lange Mission. Ich gehe kurz was trinken und dann mache ich später weiter. Ja. Dann bedanke ich mich bei jedem, der zugeschaut hat. Und wie wir dann die Ordos komplett vernichten, Freunde, sehen wir dann das nächste Mal. Gut. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Oder schönen Tag. Tschüss, tschüss.